Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von StarRail. Bitte wundert euch nicht, ich nehme das alles... Psst, ich rede. Achso, ich kann dich nicht umswitchen. Ich werde alles jetzt in einem Zug aufnehmen, denn ich muss unbedingt die ganzen Bosse freischalten, damit ich Darn Hang und Blady weitermachen kann. Und ich möchte gerne für das... Mensch, Kumpel. Und ich möchte gerne für das nächste Update gewappnet sein, dass wir das quasi zusammen erleben können. Und dementsprechend nehme ich jetzt alles in einem Stück auf. Ich hoffe, ich nehme alles in einem Stück auf. Wer weiß, was mein PC wieder so fabriziert. Haben wir ja in der letzten Aufnahme gesehen. Und was ich an Zeit habe. Ja, schön wäre es, wenn ich das einfach jetzt in einem Rutsch durchkriegen würde. Weiß aber nicht, ob ich die Gegner oder den Endgegner hier schaffe, weil ich meine Charaktere nicht wirklich gut gepimpt habe. Naja, wir gucken mal, wir gucken mal. Wir kommen so weit, wie wir kommen, ne? Huh? Ich habe mich nicht auf die Bezüge auf die Abominations der Abundanz, die Steleron-Hunters, und die Diszipläte der Sanctis-Medicus. Die Bezüge ist weit abendlich. Jednachend, wir finden uns in der Krieg mit anderen Schlimmen. Spirits From this battle onward The Alliance must fight the Legion To our dying breath Ok Esa magia Our intelligence tells us That the Legion are a mad And destructive war machine Yet they never took up arms Against the Alliance The armies of the seven ravagers All have their own means of destruction They are not To be taken lightly Lord Ravager of Antilia Favors internal collapse Which is why she masterminded The Stellar on crisis And urged the disciples of Sanctus Medicus out of the shadows Oh, oh, ich dachte, du warst fertig Du hast so eine lange Pause gemacht I'm so sorry Hallo Oh 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 nein Oh, du wirst bestimmt mit ihr wieder vereint sein Und wer bist du? Bist du vielleicht die Frau dazu? Oh, nee So, was I am a hier? Ja? Ja? Äh, kann ich da hin? Ja. Okay. Ha, gereinigt. Okay. So, haben wir... Oh, alles? Ich denke schon. So, einmal das. Ach, ist schon an. Okay, okay, okay. Oh! My boys and girls! Let's go! Oh, oh, oh. Oh, yeah. Oh mein Gott, dich habe ich ja auch schon ewig nicht mehr benutzt. Oh mein Gott! Oh, Jingyuan! Ja, ich kriege es noch hin, Leute. Keine Bange. Oh. Schon alleine deswegen hätte ich gern wieder Jingyuan. Ja. Los. Bäm! Oh nein, ich wollte den Linken haben. Nein, egal, 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 egal. Ach, der ist von alleine gestorben. Okay, 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 okay. Der dachte sich, nein, ich will nicht noch eine draufkriegen. Da gehe ich lieber alleine, dachte er sich. Ja, ja, ich weiß genau, was er dachte. Okay. Oh! Nein, dein Turn ist noch nicht, meine Liebe. Oh, yeah. Jetzt bist du dran. Ey, lass ihn Ruhe. Oh, yeah. I'm made to be broken. Komm schon. Na, du machst das jetzt, ne? Du machst das Rennen jetzt. Oder auch nicht. Du machst das. Oh, auch nicht. Okay, aber du. Ja, wo warst du? Oh! Oh! Forgive my late arrival, Lady Foo. We are indebted to you and your forces. The seats of Divine Foresight relate the battle reports to me. As for Fantilia's plan. The Ambrosial Arbor. That's her focus. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife. Then let it consume the Cien Joe from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the Plague's author. And turn the Law Foo into a hell of undying abominations. Hmm. That is clear to me now. Friends of the Astral Express. I have brought someone with me whom I think you'll be eager to see. Mm-hmm. Da-dum-dum-dum-da-da! Huh? Is that... Don Hung? You are Don Hung, right? What's with the horns? Yeah, he has to check them out. It's a long story, March. It's me. So, you do have secret strength. Let us save such reminiscence for later. My ass will guess. When you first appeared on the Law Foo, your stated aim was the resolution of the Stellarong crisis. I was concerned that the Stellarong hunters harbored ulterior motives and refused your offer. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellarong hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Sien-Jou fight side by side, Kafka lured you here and broadened the scope of the crisis. However, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantalia means that the situation is far from under our control. As General of the Law Foo, it would be foolish of me not to ask Don Hung and the rest of you. Even if the crisis on the Law Foo had nothing to do with the Stellarong, I would be willing to help. But I can't speak for the other members of my crew. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets tough, those words can feel far off. Fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the nameless who are able to stay the course number few indeed. Whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as on the Express, every vote counts. Mhm, mhm, ich nicke mal mit. Oh! Na, hallo, die Hand ausstrecken, komm schon. Thank you, Don Hung. Hab ich nicht für dich getan, sondern für die. How am I still one of the nameless? I stand here at the mercy of others without true freedom to speak. Hm. But as a descendant of the Vidyadara, I will fulfill my duty to the Law Foo. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. There is no master plan. Only a bet. A bet on the Senior Vidyadara's incomplete exubiation charm. And on Dong Hong's ability to access the memories of the High Elder. High Elder? Noo! Noo! When the Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the Curse of the Plague's Arthur lingered. In order to make the stemming of those remnants a possibility, the Law Foo invoked the power of the Scions of Permanence. Under the Direction of the High Elder, the Vidyadara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge Waterscape Delve and contain the Arbor. Oh, oh, oh my gosh, sorry. Müsst ihr euch durchlesen. Marge is... Wie kann manchmal so süß sein? Was ist das? Oh mein Gott, hört euch den Hintergrund. Wartet mal. Oh nein, ich kann gerade... Ah, okay. Ich kann die Musik nicht lauter machen. Ihr wart der Grund. Ich war um deine Sicherheit besorgt. Wie ist das möglich? Mein Name wurde doch ausradiert. Oh. Erzähl weiter. Your appearance closely matches the depiction in the Annals. Does Videodora Reincarnation really entail a complete transformation? A new life? Anjo! Oh mein Gott, ich liebe dieses Lied. Auch wenn ich kein Chinesisch kann, Leute. Anjo schaut dich an, während ihr beide still werdet. Gibt es denn gar nichts, was du fragen möchtest? Punkt, Punkt, Punkt. Anjo schüttet seinen Kopf. Er will nicht sprechen. Niemand kann ihn dazu bringen, sich zu öffnen. Was denkst du, mein Kleiner? Was geht dir durch den Kopf? Welt! Ja. I knew you'd come. When we first mentioned the Sienjo, there was a sad look in your eyes. They may have banished you, but the Lofu is still your home. Vielen Dank für deine Hilfe dabei. You're a member of the Express Crew, Dan Hung. Let's settle this matter as soon as possible. Our journey doesn't end here. Ohohoho! Welt! Okay. Lege mit der Macht des hohen Ältesten die Straße zum Himmelsbaum frei. Leute, haltet euch bitte fest jetzt. Haltet euch fest, okay? Es geht los! Die Statue des hohen Ältesten ist durch die Jahre der Verwitterung stark mitgenommen worden. In der Nähe ihres Sockels sind einige kleine Worte eingraviert. Lasst uns beten in Zeiten der Bedrohung und des Konflikts. Wenn das Land von einer bösen Lebensform bedroht wird, wir werden die Macht des ewigen Meeres anrufen und die dunklen Wurzeln mit seinem Licht vertreiben. Hier liegt eine gewaltige Macht verborgen. Unter endlos rollenden Wellen lodern die uralten Wurzeln des Baumes auf. Lange Zeit schlafend erwachen sie zum Leben, wie ein Tier, das aus seinem Traum erwacht. Die Fesseln, die die vergangenen Herrscher angelegt hatten und welche die Macht der Bestie bändigten, waren ein zerbrechliches Geflecht, das bald zerbersten und fallen würde. Aus der Dunkelheit tauchen Erinnerungen der Vergangenheit auf, die dich ergreifen. Aus der Dunkelheit Darf ich vorstellen, meine Lieben? Dan Moses Hang. Oh mein Gott. Ich liebe diese Szene. Ich könnte echt heulen. Immer wieder, wenn ich diese Szene sehe, könnte ich heulen. Ich weiß nicht warum. Das mich so ergreift. Jedes Mal. Und ja, ich habe die Szene auf YouTube bestimmt schon hunderttausend Mal gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, sorry. Wie kann es auf uns sehen? Picard. Oh mein Gott. Aber die Vorbereitung vor uns ist nicht ein Abomination von Abundanz. Sie sind ein Lord Ravager der Antimatter-Legion. Die Linie über diese Linie bringt dich in den Konflikt zwischen dem Rainbow Arbiter und dem Ruin-Author. Du hast ein wichtiger Punkt. Klout-Nights, aufhören! Nachdem ich in der Ambrosial Arbort, und wenn das Wasser zurückgeht, zu ihrer Grundlage, musst du sofort zurückgehen und die Delve wiederholen. Der Master Diviner wird dich führen. Ja, General! Frau Fuu, wenn ich nicht zurückkehren kann, ich verabschiede dich mit der wichtigsten Aufgabe, die vollen Beziehung zu den anderen Sienjo-Sien. Ich verabschiede dich, dass du hier wiederholen kannst. Ich verabschiede dich als ein wahrer General. Let's go! Ah, ich nicke mit! Oh mein Gott! Guckt euch das an! Und wie hier rechts der Drache die ganze Zeit im Gewässer herum surft! Das ist so geil! Ich liebe es! Okay, ich versuche jetzt ganz schnell zum Boss zu laufen, ja? Mal gucken, ob wir das jetzt noch in dieser Aufnahme schaffen. Hm? Du, Skalgord, Waterscape, um den Armour zu verabschieden! Treszen! Blasphemie! Du hast deine senses verloren! Du denkst, dass dies die Hoffnung von den Sienjo-Napen wird! Die, die nicht von unserem Kind, können wir nie von unserer Meinung sein! Ich verstehe deine Verabschiedung, aber meine Entscheidung ist gemacht. Das ist der Weg, wir müssen uns nehmen. Ich... Ich... sehr gut. In diesem Fall, ich werde dich an die Verabschiedern an den Namen und Macht des High Elders verabschieden. Das muss ich... ... das erste High Elders, der die Mission für die Ambrosial Arbore verabschied hat. In der Tradition, von dann an, die High Elders verabschieden waren, um zurück zu der Dragon Vista Rhein Hall. Sie würden die Tide der Angelegenheit und schützenen die Arbore Seale. Du wirst jetzt noch nicht? Ja. Die Tränen an den drei Talons, die Weg zu den großen Routen. Das ist die Weg zu den Routen. Das ist eine Art von Routen. Das ist ein bisschen ein Riedel? Die Tränen an den drei Talons. Was das denn das bedeutet? Ich folge dir überall hin. Okay. Oh! So! Ja. Let's go! Und ja, ich muss meine Weltenstufe unbedingt erhöhen. Immer noch! Ich bin so ein faules Stückchen! Eine zeremonielle, wie die Yadara-Lampe, die die versiegelnde Kraft dieser Rasse enthält. Die Leuchten müssen in einer speziellen Reihenfolge entfacht werden, um die entsprechenden Siegel in der Schuppenklamm zu entfernen. Okay. Ja, aber das kann man ja ganz gut erkennen. Kennen wir ja auch von Genshin und so weiter. Die leuchtenden Siegel hier unten sagen uns, welche Reihenfolge wir nehmen müssen. Sie sagte sie jetzt und machte es trotzdem falsch. Haha! Huh! Okay, let's go! Huh! Wir versuchen durchzu. Gehen. Ja. Darf ich? Wenn deine Leute hierherrschte, dass du mich hierherbrachst. Es wäre ein großartiges Unrest. Sie werden nie wissen. Bleib ruhig, Genshin. Das wird uns selbst machen. Ich werde dir zwei Stunden. Wachst du was kannst. Ich bin eine Schmerz-Live-Spezies. Du denkst, zwei Stunden nicht genug? Es wird es geschafft. Hm. Das hat Fung's Lied. Aber was über die andere Person? Sie ist so familiar. Hm. Huh! Lass mich in Ruhe! Wah! Speedrun! Truhe? Truhe? Uh! Ja, das muss ich mitnehmen. Den höre ich mir dann an. Ich denke mal, das ist einer der Letzten. Wir gehen erst einmal hier hin. Oh, wartet mal. Wartet, wie komme ich denn jetzt da hin? Achso, da unten. Okay. Wir gehen erst mal nach rechts. Krass. Was? Oh, nein. So, da unten. Oh, nein. Und dann... Was haben wir dort? Mhm. Das sieht nach einem Kampf aus. Wui! Oh, 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 ich hab dich... Sorry. Ich vergesse immer, dass ich dann die Gespräche abbreche. Oh, 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 oh. Ey, lass ihn ruhe, bitte. Oh, nein. Danke, Bailu. Ich hoffe wirklich, ich schaffe es gleich, ja, diese Welt komplett durchzuspielen. Also, nicht in dieser Folge, aber ich schätze, eine werde ich dann noch brauchen. Ja, werdet ihr dann innerhalb der nächsten Wochen ja dann sehen. Aber dann habe ich hier schon mal soweit alles erledigt und wir können uns dann echt dem nächsten Update widmen. Wenn es dann rauskommt, dann können wir gemeinsam können wir gemeinsam durch die Gegend ziehen. Ich freue mich schon drauf. Uh, ich freue mich. Ja, ich musste eben noch mal innerlich darüber nachdenken. Das ist ja eigentlich ganz cool, wenn wir gemeinsam dann erleben, was als nächstes passiert. Dafür, dass das aber kein volles Let's Play ist, habe ich doch relativ viel Let's Played, ne? Oder beziehungsweise euch sehr viel gezeigt. Was war mit dem Verbündeten? Ich habe das hier nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Schiefer der Enttönung R. Oh, ich habe T gedrückt. R. Oh, wartet, 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 wartet. Die goldenen Verzierungen auf der Schiefertafel deuten darauf hin, dass man sich vor einer Steinplatte tief verbeugen musste, um das Siegel zu öffnen. Wartet, wir stehen hier. So, dann ist das die... Ne, wartet. Das ist die Nummer 1, ne? Oder, ne, du bist die Nummer 1. Oh, ich muss ja umdenken. Das ist total crazy. Wenn du die 1 bist, dann ist das Ding hier Die Nummer 2? Oder ist das die Nummer 2? Ne, du bist die Nummer 2. Aber warum muss ich denn so umdenken? Hallo? Mein Gehirn ist für sowas überhaupt nicht gedacht. Du bist die Nummer 3. Habt ihr ich gerade solche Schwierigkeiten? Und du bist die Nummer 4. Boah, Gott sei Dank. Ich hätte keine Lust gehabt, das nochmal zu machen. Okay, dann müssen wir hier hin. Oh, mit dir wollte ich noch reden. Äh, Siegfried! Okay, dann wollen wir mal runter da und hier hin. Guten Tag, Mister. Und da hin. Guten Tag, Mister. Und hier hin. Oh! Oh, lass mich in Ruhe! Wuhu! Boy! Und du mich auch, bitte! Wuhu! Okay, lass mal gucken. Okay, lass mal gucken. Das Mural. schreibt die Vidiadera Hatschung Rebirth in den Lunarresenten Depths. Das Mural ist ziemlich interessant. Oh, das ist interessant. Es sieht aus, wie die Zeit nicht hat einen EFFECT auf ihn. Das Mural muss sein mit den anderen hier. Es erzählt die Geschichte der Vidiadera selbstreincarnation. Von Hatschung Rebirth in den Angellischen See bis zum zurück zu dem See als Okay, let's see. Also, die Wiedergeburt. Du bist was? Okay, das sind die Jungen. Die Jungen Leute? Was bist du? Okay, nach der Wiedergeburt. Also, könnte das die Eins sein? Weil da kommen wir ja wieder rausgeschlüppelt. Das ist kurz nach der Wiedergeburt. Das sind die Jungen und dann Okay. Okay. Also, entweder wir beginnen hier dann da 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 oder es beginnt dort also das war quasi nach der Reinkarnation Beginn dort 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 Wir probieren es erstmal so rum Mal gucken Hmm Und the last one Okay, okay es war so rum Uh Uh Ach okay, da kann ich auch hinlaufen Ja, ich bin doch schon unterwegs. Bleib doch mal locker. Oh, okay. Let's go. Oh, das wollte ich nicht machen. Oh, nein. Ich hab doch da die Kiste entdeckt. Kiste. Ich hoffe, dass alle bereit sind. Nee. Nicht wirklich, aber okay. Oh, Kiste. Oh, mein Gott. Es geht los, meine Lieben. Es kann sein, dass ich den Kampf nicht schaffen werde. Gucken wir mal. Wenn Jingyuan handlungsunfähig ist, wird der Kampf sofort beendet. Uh. Okay. Jingyuan muss im Team sein. Ja, den habe ich ja nicht, ne? So, hinzufügen. Beilu auf jeden Fall. Er ist Silverwolf oder Asta? Was meint ihr? Ich glaube, wir nehmen Silverwolf mit, ne? Natürlich mein Schnuckili. Und dann fehlt uns noch... Äh, wo war der? Da. Okay, ich denke, so bleiben wir. Herausforderung starten. Huh! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Meine Güte, warum ist das immer alles so geil? Okay, ich muss mich mal anders hinsetzen. Kampfposition, Leute. Kampfposition. Let's go. Ja. Hey, 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 hey. Fertigkeitspunkt abgezogen. Ventilia hat usurped the power of the Arbor. All of you, focus on destroying the Phantomflowers. Ja. Uh, okay. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Okay, okay. Ehrlich? Okay, okay, okay. Okay, ich dachte eben, da wäre noch ein HP oder so übrig. Ja, alles klar. Ich zeig dir gleich, was eine Ameise alles kann. Hey. Oh, ja, das liebe ich an Jingyuan. Okay. Let's go. Let's go. Finde deinen Ult. Ja, du kannst ein bisschen Spaß haben, meine Liebe. Don't worry. Ähm, hier, halt ihn mal. Oh, schade, ich dachte, das schiebt sich dorthin. Hey. Oh, lass ihn Ruhe. Okay, okay. Oh, ich will mein Ult noch nicht zünden. Ja. Ja. Oh, yeah. Yeah. Na, was hast du zu sagen? Hä? Hä? Nein. Oh, ich muss ihren Ult zünden. Mist. Okay. Die Musik ist aber auch mega gut. Wartet mal ab, bis wir in der dritten Phase sind. Die dritte Phase ist der Hammer. Yeah. Oh. Oh, wie gut, dass ich gerade noch geheilt habe. Ey, yo. Oh, mein Gott. Wo ist mein Gepardo? Gepardo. 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 Vielleicht hätte ich Gepardo mitnehmen sollen, wa? Achso, aber die ist ja gar nicht eisanfällig. Ne, ne, das ist auch lustig. Hey, 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 hey. Er darf nicht sterben. Lass ihn bitte in Ruhe. Oh, okay, 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 okay. Ich, äh. Oh, okay. Ja, setze Wolkens, was? Wolkensangebrüll ein, um Pantalia anzugreifen. Ah ja, klar, machen wir. Oh, mein Gott, jetzt haben wir zweimal da einen Hang hier drin. Geile Schieding. Oh, okay, ich habe keine Energie. Ja. Ja, du kannst ein bisschen Spaß haben. Das ist klar. Mann! Ich brauche... Effekt widersteht. Okay, okay. Wieso bekomme ich keine Fertigkeitspunkte? Was soll das? Wow, 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 wow. Bitte, Jingyuan, stirb mir nicht weg! Nein! Oh, mein Gott! Das war so knapp. Das war richtig, richtig knapp gerade. Ich habe eben den Kampf als beendet angesehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ziehe ich sein Ult noch? Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ziehe ich sein Ult? Ja, komm, machen wir. Ist egal. Sie ist nämlich als nächstes dran. Und das bedeutet, dass sie ihre Barriere wieder aufbaut. Komm, 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 komm. Schaffen wir die Phase? Come on! Nein! Nein! Oh, mein Gott! Ja! 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 Destruction! Ja! Ja! Bully! Vanquish the Abomination! Are we still ants to you, Fantilia? So much effort to crush us, and met with so little success. I wonder what the other Ravagers would think. It's almost as if you can't wait to be acquainted with them. I'm afraid you won't have the chance. Letzte Phase. Let's go. Let's go. It is time to put an end to this. Oh, mein Gott. Chill doch mal dein Leben. Time for the Masterstroke. Wow. Oh, mein Gott. Diese Musik. Ehrlich. Beschwört den Blitzlord und beseitigt die von Fantalia erzeugten Blumen. Oh, ich hab ein extra Ult gekriegt. Thank you. Oh, mein Gott. Oh, Fertigkeitspunkte wieder hergestellt. Super. Yes, yes, yes. Oh, ich liebe es. Oh, mein Gott. Ohne Witz. Holyoverse weiß wirklich, wie man Musik macht. Und das können wahrlich nicht viele. Also, Square Enix ist auch richtig gut. Die haben es ebenfalls drauf. Aber Holyoverse, die können es auch. Lass die Arme in Ruhe, Mann. Oh, mein Gott. Jetzt stirbt eine. Die stirbt, glaube ich. Huh. Sag mal, wie viel noch? Das Problem ist, es nützt nichts, die zu heilen. Weil Bailu und Silverwolf, die sind gesperrt. Komm schon, komm schon, komm schon. Hauptsache, Jingyuan stirbt nicht. Oh, Bailu ist wieder befreit. Bailu ist befreit. Okay. You took the bait just like that. Oh, yeah. Until your scaven's here. Vanquish the abomination. Hehehe. Oh. Um. Heaven's search. Let's go, let's go. I'm outfearing dragon. Rise. Oh, nein. Ich wollte sie doch heilen. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich dachte eben, das wäre Silverwolf. Komm, 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 komm. Leute, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Die Kämpfe sind hier aber auch schon immer eine Welt für sich. Ehrlich. Oh, ja. Ja, ja, ich glaube, wir haben's. Leute. Wegen 1%? Wegen 1%? Inundance. Your struggle in the face of certain death is... Touching. For my next trick. I shall turn each of you into my void rangers. The power of the destruction will eat away at your flesh Nee, das mal. Ja! Beilu! Ich liebe dich! Lass ihn in Ruhe. Uh! Uh! I wonder if the transformation of a Sienger general into a Void Ranger would cast the law through back into chaos. Destruction works in fascinating ways. What are you? Don't hold. Do it! Do it! Nicht schlecht, General of the Hunt. Aber all I lost was a body stolen on a will. And you, how much longer can you last? The destruction of the Sienjo is nigh. Be gone, Palm of Destruction. Tell the Legion that the vengeance of the Hunt will fall upon them. Oh, my God. General, are you okay? It's still good. I'm still alive. And it would seem the two of us can still coordinate our efforts. Yeah. 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 Der hat ja die Verletzung auch abgekriegt, ne? So, it was all part of the plan? When Don Hung stabbed you, I was scared to death. Is Phantalia noch am Leben? Hm. Naja, schlafen und aus den Latschen kippen sind zwei verschiedene Dinge, liebe Marge. Schlafen. Hey, wake up! Ein Augenblick später erscheint Fushuan mit den Wolkenrittern. Ein Sternsgift bringt euch zum Erhabenen irgendwas. Ihr wisst Bescheid. Alles bleibt, wie es gestern war. Eine Seelenberuhigung, ein langer Weg voraus. Oh, Leute. Wir haben es. Wir haben es. Wartet, was haben wir denn hier noch? Anja, komm zur Wahrsagekommission. Und zwar allein. Ich schicke dir die Koordinaten. Erzähl es niemandem. Du bist noch auf der Lufu. Wie kann ich dir glauben? Ich werde dir nicht helfen. Mit besten Grüßen, Kafka. Achso, das habe ich eben nicht gesehen. Kafka, wieso bist du noch auf der Lufu? Ich kann nicht gehen. Brauche deine Hilfe. Ladies Mara Symptome werden immer ernster. Ich kann nicht gehen, bevor er sich erholt hat. Aber sein Haftbefehl wurde noch nicht aufgehoben. Er ist immer noch der meistgesuchte Verbrecher in Shianshu. Ich brauche dich, Anjo. Komm und finde mich. Sende mir deine Koordinaten. Ich gehe nicht. Melde dich nicht mehr. Gib mir die Koordinaten. Wo bist du? Sende mir die Koordinaten. Ich bin sicher, du wirst kommen. Ich warte. Okay. Gut. So, aber wartet mal 53 Minuten. Dann mache ich jetzt noch mal einen Cut. Und ich glaube, dann kommt der letzte Abschnitt, bevor hier erst einmal alles abgeschlossen ist. Das mache ich jetzt noch. Denke ich mal. Und ja. Dann warten wir förmlich nur noch auf das nächste Update. Also dann, ihr Lieben, vielen Dank wieder für einmal... Man merkt, ich nehme schon etwas länger auf heute. Ich bin schon ganz konfust. Ich danke euch wieder vielmals fürs Zusehen. Meine Güte, was ist denn los? Ich glaube, ich hole mir gleich noch einen Kaffee, bevor ich die nächste Aufnahme starte. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Bye, bye.